So, dann brauche ich mal die eigentliche Quest hier wieder. Ebrokast, das ist wo? Äh, da drüben. Okay, da können wir auf dem Weg hier vorbei den Schlüssel der Verborgenen einsammeln. Und dann da nach der Königin gucken. Oh, die geupgradete Sense sieht sehr schön aus. Die andere sieht bestimmt dann auch noch martialischer aus, wenn man die upgradet. Ich bezweifle, dass die irgendwelche goldenen Ornamente bekommen. Die bekommt vielleicht noch irgendwelche Knochen dran oder irgendwie sowas. Aber dafür bräuchte ich erstmal genug, äh, Tungstenbarren. Gibt es eigentlich in der Welt hier, also in der Spielwelt, genug Barren, um alles maximal zu upgraden? Oder muss man sich ab irgendeinem Punkt entscheiden? Obwohl, nee, man kann ja, es gibt ja auch, ähm, Gegner, die Barren droppen, glaube ich. Die müsste man ja farmen können, die respawnen ja wieder nach einer Zeit. Ja, ist das dann wahrscheinlich so die gängige Methode, würde ich mal denken. Hm? Okay. Hier schlagen wir uns wieder durchs Gebüsch. Mal wieder ein abgebranntes Dorf. Natürlich. Stumpers. Da sind goldene Sachen. Da geht's bestimmt im Brunnen nach unten. Da ist noch irgendwas. Da ist eine verschlossene Truhe. Hier ist was. Titan, sehr schön. Nehme ich. Meine Mutter ist nicht da. Ähm. Dies tun wir nach unten. So. Wieder nach oben. Und schon habe ich einen neuen Barren. Den ich dann wieder entweder in die Rüstung oder in die Sensen stecken kann. Sehr schön. Wie praktisch, dass ich über dieses Dorf gestolpert bin. wäre ich sonst jetzt gar nicht so dran vorbeigekommen. Dann gehen wir wieder auf die Straße, dass wir hier wieder den Turbo-Bär einschalten können. Die Musik ist so treuend. Dabei passiert doch gerade gar nichts. Ich reite hier doch nur durch die etwas nebligere Ränkische Nacht. Nach was suchen nehme ich mal an. Wölfen gefressen wäre vielleicht auch. Ja, das wollte ich eigentlich genau. Lass mich raten, hier unten gibt es Ratten. Natürlich. Ne, ich kann das hier nicht bewegen. Ich muss also irgendwie anders rein. Ich glaube, ich synchronisiere hier oben erstmal schnell. Oh, da war eine Sternschnuppe. Wolfi, halt die Schnauze. Hier oben kann ich das gar nicht kaputt machen. So. So. das ist einmal die hub近. eingang irgendwie praktisch und das mit dem mond sieht schon ziemlich cool aus ist wenigstens das wasser sauberer schwimmen bis jetzt noch keine pestleichen drin diese wand ist das zeichen der verborgenen und unten ein kleiner schlitz mal sehen was sich dahinter verbirgt wie soll das jetzt nicht funktioniert aber dann müssen wir unten durch glaube ich mindest leuchtet irgendwie was titan nehme ich gleich was ist das denn für ein zeichen ach das ist einer von den schlüsseln okay zwei schlüssel fehlen noch auf zu den anderen ruinen ja später und eine neue fähigkeit jetzt kriegen wir goldene flamme wo sogar eine nahkampf fähigkeit festige einen sprengsatz an deinem gegner der nach kurzer verzögerung explodiert find ich jetzt aber akut noch nicht so praktisch aber fertigkeiten punkte finde ich sehr praktisch können wir das hier gleich machen und dann kämpfen wir uns mal noch hier oben und gehen dann da mal irgendwo weiter brauch ich einen anderen bogen und jetzt kann ich hier die sachen wegschieben sehr gut so der vollständigkeit halber sehr gut dann haben wir das und dann geht es weiter nach die musik ist einfach immer noch so düster es passiert doch gar nichts neues gebiet evrezin neues niedergebranntes dorf ein nicht mal ganz so niedergebranntes dorf ja es ist kein verbranntes dorf es ist ein dorf mit lauter erhinkten man muss ja auch mal ein bisschen abwechslung haben sonst wird es ja langweilig irgendwann so und das da vorne mit der kirche schätze ich meistern die brokas überall die wachen an den brücken an den straßen und so bis jetzt haben die auch noch nichts gegen uns und hier ist alles voller kreuze und hier werden werden hier kirchenfenster hergestellt hier lehnen jedenfalls sehr viele mein gott ist das hier christlich das ist ja widerlich die kleine mutter kleine mutter naja da wird tatsächlich das buntglas hergestellt cool erfolgen wir den doch mal unauffällig wer ist denn die kleine mutter wir sind alle sünder niemand ist ohne schuld wir müssen uns alle vor gott verantworten und so müssen wir auf alle deliveranz suchen gott der gnädige hat uns die kleine mutter geschickt um uns zu erretten sie wird bald beginnen komm schnell in die kirche sie versammeln sich irgendwo vielleicht wissen sie etwas über die königin mit ziemlicher sicherheit wissen sie etwas über die königin setz dich irgendwo hin die kleine mutter wird gleich anfangen leine mutter wird gleich anfangen das finstere wasser umgab mich dann brach sein heiliges licht durch und oh der glanz seiner herrlichkeit ihr kennt das wunder des heiligen taurinus der ein verbranntes mädchen zurück ins leben holte als kind wurde auch ich verbrannt und war dem tode nah doch an seinem altar erschien der heilige berührte und heilte mich die zeit konnte seinem heiligen körper nichts anhaben er berührte mich auf das ich euch berühren möge loki höchst selbst könnte keine bessere geschichte erzählen gott ist das licht doch was habt ihr in seinem licht getan ihr achtet nur auf euren weg und habt euch in der dunkelheit verirrt der teufel hat besitz von euren gedanken euren herzen euren körpern ergriffen niemand ist sicher egal ob bettler könig oder königin wählt heute noch wem ihr dienen wollt denn das jüngste gericht naht und mit ihm entweder oder ewige verdammnis lasst uns beten weg diese kleine mutter weiß etwas über die königin ich muss sie finden hatte niemand mein mann gesehen er hätte doch längst vom ritual zurückkehren müssen oder nicht diese fette goldene kirche auf dem altar du scheinst besorgt ja wegen meines mannes er ging zur deliberanze und ist noch nicht zurück es sind tage vergangen es ist alles meine schuld erzähl von dieser deliberanze mein mann wollte mich verlassen obgleich er mich liebt der teufel muss in ihm gefahren sein wir schickten ihn nach akila für das ritual der deliberanze die kleine mutter sagte es würde den teufel vertreiben die rituale finden in akila statt ja am heiligtum der kleinen mutter mein armer man glaubst du er ist wohl auf sei immer auf das schlimmste gefasst und bete zu deinem gott für das beste ich muss beten ich muss beten ich sollte nach akila wenn dort diese rituale durchgeführt werden nachricht von der kleinen mutter diakon gleich südlich von ebrokas entlang eines pfades der an dieser verfluchten pfade wirst du mein kleines haus finden es steht seit einiger zeit leer da meine arbeit mich hier in akila festhält und muss gereinigt werden achte besonders auf den keller der auch anfällig für überschwemmungen ist störe den dortigen akulyten nicht er wird auf die erlösung vorbereitet und braucht vollkommene einsamkeit um sein zwiegespräch mit gott zu führen südlich von ebrokas entlang eines pfades rukas ach da das wird jetzt hier auch angezeigt ok da muss ich mir ja gar keine mühe geben dann synchronisieren wir hier nochmal schön wenn du mal da hoch kommst das ist deine schenkel vielleicht war es dort jemand wo ich die kleine mutter finde vor allem wie wie hier war es in dem dorf ein paar kleine goldene bobbel und die können jetzt erstmal getrost ignorieren fragen wie doch in der schenke nach es war schon anstrengend genug mit diesen eiferern doch seit die nonne diese tolle gefangene hat ist es noch schlimmer geworden darüber sollten wir nicht reden bist du nicht gottesfürchtig ich bin neu hier kannst du mir was über die kleine mutter sagen diese trinker sprechen über nichts anderes als ihre rituelle für die die liberanze habe ich recht bastian du versoffener schwätzer setz dich nordling bastian zahlt und er wird dir alles darüber erzählen nicht wahr bastian ja das sieht doch sehr vertrauenserweckend aus du hast uns etwas voraus nordling wo kommst du her ich komme gerade aus melidunum melidunum aber du gehörst nicht zu siegfried oder ich bin nur auf der durchreise dann reise nicht durch aquila da bringen sie die armen seelen für ihre deliverance hin nicht dass sie dich auch holen erzähl mir von der kleinen mutter und dieser deliverance sie macht uns viel arbeit das kann ich dir sagen und seit sie diese gefangen hat ist es noch schlimmer bastian misch dich nicht in gottes angelegenheiten ein eine gefangene jemand der dem könig nahe steht sagt man eine frau ist es mein gott bastian aber darüber dürfen wir nicht sprechen gott könnte uns hören trinkt aus freunde bastian bezahlt man könnte regelrecht ein trinkspiel veranstalten jedes mal wenn hier in dem spiel irgendwer deliverance sagt einfach einheben nach einer folge oder so seid ihr einfach dicht und am ende des let's plays dieses dlc ist wahrscheinlich tot also bitte nicht machen aber ich das kommt doch irgendwie mindestens in jedem satz einmal das wort vor wenn nicht sogar mehrfach am ende träumen war da noch davon ich wahrscheinlich auf jeden fall über die liberalen zu den bürger klemmt ich muss auf die andere seite kann ich da und rein hier kann ich rein nicht nur gucken sondern sogar hüpfen ein bisschen wahnsinnig ich weiß ja nicht die kleine mutter will dass die königin am ritual zur deliverance teilnimmt hier steht etwas von einer kammer und einer körper in akila ich muss diese körper finden und den kann ich nicht raus lassen irgendwie nicht nie die kleine mutter hat die königin diese siegel gleicht dem zeichen das ich in engelwins raum fand geheimnisvoller brief kleine mutter die situation mit dem könig hat sich verschlechtert ich habe entschieden dass die abtrünnigkeit und einmischung der königin nicht länger tragbar ist ihre absetzung ist arrangiert warte in warte in ebrokas auf weitere kunde sobald wir sie haben bringen wir sie zu dir bring sie unverzüglich nach aquila für die deliverance der sieg ist fast in unseren händen wir dürfen nicht straucheln soli diogloria isidorus dann auf nach aquila die einzige die mir die grausame wahrheit ins gesicht sagte ich konnte es nicht leugnen ich ließ mir von niemandem etwas sagen doch auf sie habe ich gehört und deshalb bin ich heute ein besserer mit doch so schön für euch ne das ist das hier ein haus voller ratten aber sonst irgendwie nix strecke deine flügel opal brauche ich den ich nicht so dringend hier gibt es doch bestimmt irgendwo ein eingangstor wenn ich überhaupt rein darf kann ja auch sein dass das hier was ich hier nicht erwünscht bin du kommst entweder wegen der die leveranze oder bist schon auf dem weg fort von hier verstanden ok eliminiere die kleine mutter die nonne die sich kleine mutter nennt kontrolliert die bewohner von ebrocas mit ihrer botschaft von feuer und angst jetzt hat sie königin richardes in ihrer gewalt erkunde aquila um die kleine mutter zu finden verkleiden je weniger blicke ich auf mich ziehe desto leichter wird es sein die königin zu finden dann mache ich doch wieder welches war es jetzt den hier weiß nicht ob das hilft aber ich mache das mal ich bin doch hier um mich irgendwie reinigen zu lassen oder wie auch immer die kleine mutter sticht in tod hey du was ist das für ein lied das habe ich mir selbst ausgedacht es ist über die debile ranze bei der trypter ich glaube den hirsch haben sie auch die blieb erranzt trypter du meinst krypter ja da gehen immer leute hin aber ich darf nicht mama sagt die wachen hauen mich wenn ich zu nah rangehe dann rede ich mal mit diesen wachen sei vorsichtig du darfst dich mit der kleinen mutter reden sonst wirst du auch debil erranzt wie der hirsch ha 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 debil erranzt da oben gibt es einen schlüssel zu holen da unten gibt es aber eine rüstung ich weiß noch nicht genau wie ich nach unten komme aber ich glaube ich weiß wie ich nach unten komme kannst du mal aufhören da im kreis zu springen ich habe dich mit zwei riesigen sensen gehauen warum bist du nicht tot das ist ein einhandschwert wieder glaube ich pack mir mal in meine andere hand wieder mein speer und dann level ich hier mal noch ein bisschen auf und dann schauen wir mal wie wir da oben klarkommen und dann aber bis jetzt kommt der andere da hier war gar nicht so schlecht dass der da kam der schlüssel der wache er wird irgendwas in der nähe öffnen ja die krypta vermutlich und jetzt auch noch den schlüssel zur krypta und jetzt auch noch dein leben der dunst riecht nach blut und ich habe den geschmack von eisen auf der zunge ist hier auch ein bisschen verwinkelt wie es aussieht vorne ist aber auf jeden fall schon mal ein schlüssel und aber auch was grünes das heißt da muss ich eventuell hin wie jeder gute gamer weiß geht man erstmal dahin wo man nicht hin muss und Ahí setzt ihr denn für widerliche Ähm, hast du dich hier mal umgeguckt? Das ist gut. Ja, ich wurde geschickt, um zu helfen. Du hast dir einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Die Königin ist da drin. Es kommt mir falsch vor. Ich glaube, ich kann das nicht. Aber ich. Sag mir, was ich tun soll. Wirklich? Gut. Das Messer der kleinen Mutter muss in Opferblut getaucht werden. Es liegt auf dem Tisch. Du musst es ihr bringen. Sehr wohl. Ich bereite das Messer vor und bringe es zur kleinen Mutter. Du bleibst hier. Das Messer wurde gut gearbeitet, aber es ist stumpf. Es schneidet sicher nicht gut. Ich muss es ins Blut eintauchen. Anweisung für neue Gehilfen Überaus ernsthafte Ermahnung an neue Gehilfen. Die Vorbereitung des Dolches muss makellos ausgeführt werden. Der Teufel sieht zu. Es darf kein Fehler gemacht werden. Rührige Gehilfen mussten für ihre Sorglosigkeit büßen. Daher ist größte Aufmerksamkeit geboten. Wer den Vorbereitungsraum betritt, wird Teil eines Sakraments. Legt größte Demut und Volksamkeit an den Tag. Nehmt den Dolch und taucht die Klinge in das Blut des Opfers. Der Griff darf nicht mit Blut benetzt werden. Sobald die Klinge in Blut getaucht ist, darf sie nicht mehr berührt werden. Sie ist dann heilig. Betretet so dann, voller Andacht, die innere Kammer. Auf mein Zeichen hin wird mir der Dolch mit dem Griff voran dagereicht. Eure Augen sind gen Boden gerichtet, sprecht kein Wort. Seht nicht hin, während ich aushole. Sobald der Dolch seinen Dienst geleistet hat, geht ihr wieder hinfort, ohne ein Geräusch von euch zu geben. Wer so verfährt, dem wird nichts geschehen. Der Teufel kann euch nicht berühren. Also ich mochte ja die ganze Zeit schon keine Christlichen und Fanatiker in diesem Spiel und auch sonst nicht, aber die legen schon nochmal eine Schiene drauf hier. Hm, wer hat auch schon einen riesigen Bottich Blut zu Hause. Das Messer ist mit Blut bedeckt. Damit komme ich nah an die kleine Mutter heran, ohne die Königin zu gefährden. Wenn ich sie offen angreife, könnten sie die Königin töten. Ich muss mich ihr nähern, ohne Verdacht zu erregen. Bellatorinbrief Euphrasia, sobald die Königin gesichert ist, musst du schnell handeln. Wir können nicht erwarten, dass ihre Entführung lange unentdeckt bleibt. Die Königin ist vor allen anderen der Schlüssel zur Erlösung des Frankenlands. Warte nicht auf ihre Zustimmung. Versuche nicht, mit ihr zu reden. Gott selbst hat sie in unsere Hände gegeben und wir müssen die Pflicht erfüllen, die vor uns liegt. Treibe den Teufel vollständig aus ihr heraus. Wenn du unterbrochen wirst, bevor die Aufgabe erfüllt ist, muss sie durch deine Hand sterben. Wir können nicht zulassen, dass sie weiter unter dem Einfluss des Teufels lebt und den König in seinem Sinne beeinflusst. Sei nicht besorgt über die Schwere deiner Aufgabe. Dies ist der Moment, für den du geschaffen wurdest und wegen dem Gott dich errettet hat. Er hat dich mit einzigartigen Gaben ausgestattet. Nutze sie jetzt mit der absoluten Gewissheit, dass es sein Wille für das Frankenland und für sein Reich ist. Soli, Deo, Gloria, Isidorius. Also, nimm am Ölösungsregional teil. Dolch wurde vorbereitet. Oh, das ist nicht das Werk Gottes. Du kennst die Schriften, Euphrasia. Wo steht geschrieben, dass du so etwas tun sollst? Ich erhalte meine Anweisungen von Gott, wie du schon bald sehen wirst. Das ist die Königin. Sie wird von der kleinen Mutter festgehalten. Und das sind ihre besten Waren. Ich sollte sie nicht frontal angreifen. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Ablicken. Die Waren haben den Schlüssel für die Zelle. Vielleicht lenkt es sie ab, wenn ich sie öffne. Bitte, hol mich hier raus. Die werden mich umbringen. Ühe ist verschlossen. Und der da hat den Schlüssel. Kann ich den assassinieren, ohne dass es auffällt? Ich kann mich da ja nirgendwo verstecken, oder? Das wird schwierig. Wow, ich kann mich in diesem winzigen Püschel verstecken. Das ist jetzt sehr risky. Versteckst du dich im Busch? Okay, gut, dass das keiner gesehen hat. So, dann lassen wir den Kollegen hier raus. Du machst schön ein bisschen Trubel. Ich bin der Höchstzell. Schwingle von hier, ehe man uns entdeckt. Gott sei Dank, ich hatte schon aufgegeben. Ich wollte meine Frau verlassen. Jetzt will ich nur noch zurück zu ihr. Ja, was war das? Was? Seht ihr denn der Zelle nach? Sie dürfen mich nicht sehen. Seht ihr denn der Zelle nach? Der Höchstzell. Wer hätte gedacht, dass wir sie so schnell bekommen? Wo ist meine Gehirnwände? Ohne das Messer kann ich nicht anfangen. Hä? 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 Wenn mein Gehirn für das Messer bringt, kann deine Deliveranze beginnen. Wisse, Majestät, dass ich nur ein Werkzeug... Ah, hier kommt auch schon mein Messer. Wir können anfangen. Ich bin die kleine Mutter, berührt vom heiligen Taurinus. Er wählt von Gott. Du bist nur eine Zuchtstute, die mit einem König vermehlt wurde, den sie nicht liebt. In deiner Verbitterung bringst du ihn von Gottes Weg ab. Aber, Majestät, vor einer wahren Dienerin Gottes lässt sich nichts verbergen. Gott weiß, dass ich nichts verberge. Alles Lüge. Du sprichst für den Teufel. Merkst du es nicht? Doch wir werden ihn aus dir herausschneiden. Dann sehen wir der Wahrheit ins Auge. Du und Gott und ich. Verlass dich darauf. Reiche mir mein Messer. Oh Gott! Heiliger Taurinus! Rette mich! Aber dich will ich ja retten. Weil du mir vertraut hast, spricht der Herr. Es tut mir leid, dass sie sterben musste. Sie war nicht immer so. Und sie war zu jung für so viel Bitterkeit. Deine Tat war unbarmherzig. Aber deine Ankunft Gottes Werk. Du gehörst zu den Nordmannen, nicht wahr? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Und ich bin nicht hier wegen irgendeines Gottes. Sondern weil dein Gatte, der König, mich schickte. Charles hat dich geschickt? Vergeuden wir keine Zeit. Wir müssen einen Weg hinausfinden, ehe wir entdeckt werden. Ich kenne einen. Folge mir. Ich habe mich noch nicht bei dir bedankt. Das war sehr tapfer von dir. Es war nicht Tapferkeit, die mich herführte. Sondern... Ach. Rattenhorn, ja, angreifen. Eine Vereinbarung mit Charles, um dich zurückzubringen. Ratten. Die Seuche führte sie her. Hier finden wir mehr als genug zu fischen. Hä? 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 Hm. So, dann stellen wir das Ding da drauf. Die Gegend sollte für eine Weile sicherer sein. Jetzt schon. Du warst heute ein Werkzeug Gottes. Zweifle nicht daran. Doch jetzt muss ich gehen. Ich habe noch etwas vor. Nicht ein Gott hat dich befreit, sondern ich. Und ich tat es nur, um dich zu deinem Gatten zu bringen. Genau da gehen wir jetzt hin. Du meinst, weil du es getan hast, ist das nicht Gottes Werk? Gott hat einst einen Esel benutzt. Er kann jeden benutzen. Selbst dich. Wie dem auch sei, ich bringe dich jetzt zu Charles. Aber Charles will nicht mich. Ich kann dir trauen, das weiß ich. Ich spüre, dass Gott etwas Seltsames durch dich erwirkt. Ich zeige dir, wonach Charles trachtet. Du könntest versuchen, mich zu täuschen. Ja, das könnte ich wohl. Doch ich tue es nicht. Erkennst du nicht auch bei all diesen seltsamen Dingen, dass Gott dahinter stecken muss? Ich erkenne nur, dass dein Gott es so einrichtet, dass du stets Recht behalten kannst. Ich mag dich, Elvor. Ich sehe, warum Gott dich erwählt hat und warum wir uns anfreunden sollten. Wir gehen gemeinsam. Ich sehe, warum Gott es so einrichtet, dass du, 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 Vielen Dank.